Ja, moin moin Leute und willkommen zu PAMS Nummer 12. Was war letzte Woche los? Was war da mit dem PAMS Nummer 11 los? Ich kann es nicht erklären. Ich habe die ganze Zeit geredet und geredet und geredet über die schönsten Dinge der Welt, über die Sexroboter und so weiter und so fort. Und da habe ich doch glatt den Top-Film und den Flop-Film in der Woche vergessen. Ich glaube, es liegt daran, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Ich habe hier immer meine kleinen Notizen hier, also das ist nur ein kleines Blog mit so den wichtigsten Sachen drauf. Und ich habe mir einfach nicht die Filme aufgeschrieben. Also das ist wie bei Kleinkindern oder Babys, ich glaube Babys eher, die dieses selektive Sehen, heißt es glaube ich, haben. Was nicht zu sehen ist, ist auch nicht da. Deswegen kann man die kleinen Kinder ja immer so verarschen mit Hände vorm Gesicht und Kuckuck und oh, dann freuen sie sich und so. Ja, so richtig pfiffig sind die Kinder noch nicht. Und genauso unpfiffig war ich leider auch. Ähm, weil ich mir bei der Vorbereitung nicht die Filme aufgeschrieben habe. Das soll sich heute ändern. Ich habe ein paar mehr Filme. Ich glaube, ein, ja, ein Film mehr und den werde ich euch, ne, noch dazu vorstellen. Das war nämlich der Top-Film der letzten Woche. Einen Flop-Film hatte ich, glaube ich, die letzte Woche gar nicht. Ähm, ne. Ich gucke sowieso ziemlich wenig in letzter Zeit. Also, wenn ich was gucke, dann sind Serien, ich habe mir jetzt, ähm, letztens, äh, die ganzen Game of Thrones-Staffeln 1 bis 6 nochmal angeguckt. Nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Also, es ist zwar schwer zu verstehen, ähm, ich gucke es immer noch mit Untertiteln, damit ich überhaupt was raff, weil die ganzen Völker bei Game of Thrones, äh, was im Deutschen so leicht untergeht, sprechen alle einen anderen Akzent. Und, ähm, zum Beispiel die aus, äh, Dorne, die, die Leute, ich glaube, das war Dorne, ähm, die sprechen so einen leichten, äh, ausländischen, äh, arabischen, äh, Akzent, was im Deutschen gar nicht so ist. Ich habe nochmal auf Deutsch geschaltet, alle reden normal. Okay, was willst du auch machen, also, sollen die sechseln oder so, oder halt so einen gekünstelten arabischen Akzent, okay, machen die im Amerikanischen auch. Aber ich finde, da kommt alles noch ganz anders rüber. Ähm, wer teilweise wirklich schwer zu verstehen ist, ist, äh, Jon Snow. Der, der brummt und nuschelt so vor sich hin, dass ich teilweise wirklich Probleme habe, den Kerl zu verstehen. Aber, Untertitel waren ja da, ich habe jetzt alles, äh, gesehen, Staffel 1 bis 6, ziemlich geil. Und ich bin mal auf Staffel 7 gespannt, weil, ähm, ich sag mal so, der Cliffhanger von Staffel 6 auf Staffel 7, krass. Also, jetzt ist wirklich alles möglich. Jetzt geht's, glaube ich, in Staffel 7 richtig los. Und da freue ich mich drauf. Leider habe ich jetzt kein Sky, ich glaube, bei Sky kommt's zuerst, so ein Exklusiv. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, ich gucke Serien sowieso nicht mehr im Fernsehen, beziehungsweise auf irgendwelchen Pay-TV-Sendern. Weil, ich bin so ein Binge-Watcher geworden. Was natürlich, ja, ein, den, ich sag mal, die Spannung und den Genuss einer Serie ein wenig schmälert. Also, damals musste man immer eine Woche warten, bis die neue Folge draußen war. Und heutzutage, alles ist gleich verfügbar, bumm, bumm, bumm. Man binget es irgendwie in einem Tag durch oder in zwei Tagen oder was weiß ich, in welchem Zeitrahmen. Und, ähm, es ist mehr so, ja, die Masse, die den Genuss jetzt ausmacht, anstatt, ähm, die Spannung bis zur nächsten Woche zu warten. Soviel dazu, ist ja auch scheißegal. Apropos ist scheißegal, habt ihr mitbekommen, dass bei YouTube, ähm, dass man die Thumbnails, dass man da jetzt mit der Maus rüberfahren kann. Und dann sieht man so ein, so ein kleines, äh, Vorschau-Video, wie bei den ganzen Pornoseiten. Also, ich finde, bei den Pornoseiten macht's noch irgendwie Sinn, um, äh, bevor man das irgendwie anklickt und das, äh, lädt dann die ganze Zeit, wenn man eine scheiß Internetverbindung hat, kann man sich schon mal, äh, drauf einstellen, beziehungsweise im Kopf abwägen, klicke ich das Video jetzt an oder nicht. Was nützt es mir dann bitteschön bei YouTube-Videos? So, eigentlich gar nichts. Also, wenn mich ein Video interessiert, dann klicke ich's an, wenn nicht, dann nicht. Ähm, aber ich glaube, ich hab irgendwie vor, vor einem Jahr oder zwei Jahren mit irgendjemandem mal darüber gesprochen, dass das eigentlich ganz witzig wär. So, so wie bei X-Hamster, ne, diese Vorschau-Videos. Ich weiß nicht, ob's Mike war oder ob's Hermann war. Ich glaub, irgendeiner von den YouTube-Asi war's. Ich glaub, eher Hermann. Und jetzt ist es soweit. Jetzt haben sie's wirklich eingeführt. Äh, ich weiß echt nicht, warum. Könnt ihr mir das vielleicht erklären? Bringt euch das irgendwas, ähm, bei einem YouTube-Video auf der Thumbnail zu gehen mit der Maus und dann seht ihr so, ja, ein bis, vier, ja, drei bis vier Frames. Ähm, und könnt dann so entscheiden, ob euch das Video interessiert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich find's einfach überflüssig. Aber naja, das ist YouTube und die denken sich ja sowieso die witzigsten Sachen aus. Also ich weiß noch damals bei YouTube, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt, das alte Design von den YouTube-Kanälen, von den ganzen, ne, YouTube-Kanälen. Da konnte man seitlich, rechts und links noch irgendwie Bilder mit einfügen. Also jeder konnte seinen Kanal so individualisieren. Mit irgendwelchen Bildern, mit irgendwelchen Zeichnungen. Ähm, die ganze Anordnung des YouTube-Kanals. Man konnte da wirklich alles verschieben. Okay, heutzutage kann man nur die Playlists verschieben. Also in welcher Reihenfolge die jetzt auf dem Kanal sind. Das waren noch großartige Zeiten. Da hab ich mich wirklich sowas von mit der Materie YouTube auseinandergesetzt. Weil ich einfach wollte, dass mein Kanal geil aussieht. Okay, heutzutage hat irgendwie jeder einen Kanal. Bums, es sieht immer gleich aus. Das YouTube-Banner ist anders. Und, ähm, ja, der Avatar natürlich. Aber das war früher genauso. Früher, ähm, musste man, glaub ich, sogar in einem Partnerprogramm sein, ähm, um einen YouTube-Banner zu bekommen. Und, äh, das hat man erst ab einer gewissen Menge Abonnenten bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Waren das irgendwie 5.000, 10.000? Keine Ahnung, da könnte man sich in so einem Partnerprogramm mal melden. Heutzutage kriegt das ja auch jeder. Will ich nicht meckern, ähm, ich, sonst hätte ich auch keins. Äh, ja, die Zeiten ändern sich. Aber das mit dem, mit der Thumbnail-Vorschau, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ähm, habt ihr beim Prime-Day zugeschlagen? Letztens, äh, war ja der Prime-Day. 24 Stunden hat Amazon ein Angebot nach dem anderen rausgehauen. Also, mir ist da irgendwann echt die Übersicht abhandengekommen. Ähm, weil wonach guckt man? Also in meinem Fall, okay, Filme. Da waren, ja, recht viele Sachen dabei, die sowieso schon 100 Mal im Angebot waren. Ich hab nur bei ganz wenig Sachen zugeschlagen. Zwei Filme und eine, äh, Serienbox. Die Serienbox ist, ähm, Saber Rider und die Star Sheriffs. Eine richtig geile Serie. Ähm, ich hab mir sozusagen ein Stück Kindheit wieder zurück in die Bude geholt. Und, äh, die erste DVD von dieser, äh, Box hab ich auch schon durchgeguckt. Und insgesamt sind 52 Folgen, ähm, alle immer chronologisch angeordnet. Weil damals im Fernsehen haben die das nicht so gebacken bekommen, das alles chronologisch von erster bis zur letzten Staffel Erfolge, äh, zu zeigen. Ähm, find ich eigentlich ganz geil. Aber das Problem war, ähm, auf der Box stand drauf, äh, als Bonus ist da noch ein, äh, Aufnäher mit drin. Also so ein Saber Rider Aufnäher. Äh, bei mir war er nicht mit drin. Dann hab ich im Internet halt gegoogelt. Okay, kein Aufnäher da. Hinten auf der Box steht's drauf. Irgendwie merkwürdig. Ähm, hab ich auf der Facebook-Seite von Anime House, also den Publishern, ähm, eine Mitteilung von 2011 gefunden. Wo die Erstauflage der Box rauskam. Dass, wenn kein Aufnäher in der Box drin ist, man kann sich unter der E-Mail-Adresse, äh, weiß nicht, äh, Dingsbums, äh, keine Ahnung, de, ähm, kann man sich bei denen melden. Und wenn noch ein Aufnäher da ist, schicken sie einen zu. Ich hab mich da auch gemeldet und, äh, bekam sofort eine Antwort zurück. Hab mich wirklich gewundert, so innerhalb von einer halben Stunde, Stunde hatte ich eine Antwort, dass ich wahrscheinlich die Zweitauflage hab. Und in der Zweitauflage ist der Fehler aufgetreten, dass hinten immer noch draufsteht, äh, der Aufnäher ist mit drin. Aber, dass sie mir, weil sie noch ein paar da haben, einen zuschicken können, hab ich mir meine Adresse angegeben und jetzt kriege ich diesen Aufnäher noch. Also ich freu mich noch nicht. Erstmal gucken, wann die mir das zuschicken. Aber wenn die so schnell sind, äh, wie mit der Antwort, äh, auf meine Frage, hab ich wirklich große Hoffnung, dass er, ja, bald schon da ist und Mitte der Woche. Ich halte euch auf dem Laufenden, ähm, apropos ich halte euch auf dem Laufenden. Ich wurde bei Pumps Nummer 10, genau, der Pumps, wo ich dann wieder hier angekommen bin nach der Reha, ähm, hat mich jemand gefragt, ich weiß gar nicht mehr wer, ob, äh, ich auch mal wieder ein Update drehe. Ich sag's immer wieder, ich hab's eigentlich vor, mal ein Update zu drehen, aber es hat sich ja ziemlich viel angesammelt. Ich hab jetzt auf meinem Kanal mal geguckt, das letzte Update hab ich Juni 2016 gedreht. Also ist schon ein Jahr her. Ich müsste alles, was ich mir im letzten Jahr gekauft habe, äh, ein Video, beziehungsweise zwei Videos quetschen. Ähm, es ist auch gar nicht so viel, finde ich, ähm, weil, wer mich kennt, ich hab doch schon teilweise mal ausgeartet. Also Blu-Ray-Sammler-One-Niveau hab ich niemals hinbekommen, aber, ja, das, was ich jetzt hab, sammelt er, glaub ich, in einem Monat. Also, es ist mir natürlich schon möglich, ein Video zu drehen, aber, ja, mir fehlt auch irgendwie der Elan dazu. Ich hab's wirklich immer wieder vor und dann denk ich mir, ach, nö, jetzt mach mal was anderes, ne, mach ich mal was anderes. Hm. Aber, ich hab's vor. Also, ich kann nicht sagen, wann, aber vielleicht kommt da ja mal irgendwann wieder was. Ich hab auch gesehen, jetzt, wo ich keine Updates mehr, äh, hochlade, beziehungsweise drehe, ähm, sind ziemlich viele Abonnenten abgesprungen. Ich hatte schon mal irgendwas mit, ich glaub, 620, jetzt hab ich nur noch 603. Ist ja auch verständlich, wenn man, ähm, einen Kanal abonniert und dann sozusagen das Thema wechselt, also wenn man da Kanal ist und die Leute finden es dann nicht mehr interessant, kann ich auch verstehen, dass die Leute abspringen. Aber wenn die Leute, ähm, auch in eurem Umkreis gerne mal einen, äh, Podcast hören, sagt denen doch einfach mal Bescheid, dass ich am Schissel bin und einen Podcast mach. Hm, 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 meine Fans, ja? Okay, alle mal in die Kommentare schreiben, wenn man Fan ist. Haha, ich brauch's, Ego, Ego, komm, pusht mein Ego, Leute, pusht mein Ego. Ähm, ich erzähl euch auch mal einen Witz, den hab ich mir letztens ausgedacht. Okay, ich krieg den wahrscheinlich mal auf die Reihe. Äh, wenn eine Frau mit gebrauchten Binden und Tampons, äh, ihr Geld verdient, hat sie dann ein geregeltes Einkommen? Ha, badum, tsch, geil. Okay, einen hab ich noch, ähm, äh, ein strahlenresistenter Linker, nennt man den Atomschutzpunker, äh, Punker? Punker, Atomschutzpunker, Punker meine ich. Ha, geil, versaut, aber ich fang nicht nochmal von vorne an. Und Schnitte gibt's im Pams auch nicht. Ich zieh das von vorne bis nach hinten durch. Gut, ähm, ich war letztens beim Arzt. Und, äh, wollte mich da untersuchen lassen, weil mein Bein hat Probleme gemacht. Da war irgendwie so muskulär, war da irgendwas im Argen. Ähm, war ich also bei so einem Arzt. Und, ähm, ich kam auch gleich dran, fand ich ganz super. Der Arzt stellt sich vor, so, hallo, ich bin Dr. So und so, ich so, moin. Ähm, er hat mich auch gleich geduzt. Und was sagt er dann so? Er fängt an, von sich zu erzählen. Sagt mir erst mal, dass er eigentlich, äh, gerne Schönheitschirurg geworden wäre. Wo ich dachte so, ach, das ist ja auch, äh, schön, dass sie mir das erzählen. Da hat er noch von seinen Kollegen erzählt, die auch Schönheitschirurgen sind. Und, äh, das findet er ganz interessant. Weil er meinte, ah, was die Kollegen mir da so erzählen? Also, das ist schon irgendwie merkwürdig. Da gehen Frauen hin und lassen sich, äh, die Schamlippen verlängern oder verkleinern. Und guckt mich so an, als ob er irgendwie auf so eine Antwort wartet. Ich so, ach, aha, gibt's da auch so ein männliches Pendant dazu? Er so, bitte? Ich so, naja, die Schwerkraft, die zieht ja auch bei den Männern nach unten. Und irgendwann wird das Säckchen ja auch immer länger. Gibt's da irgendwelche Methoden, also dass man das irgendwie strafft oder liftet? Und er guckt mich so an, als ob ich verrückt bin. So, weiß ich nicht. Ich gucke ihn auch so an, als ob er verrückt wäre. Worüber reden wir hier eigentlich? Bin ich jetzt der Irre? Na, dann hat er noch so ein bisschen weiter über sich erzählt. Und das Medizin das einfachste Studium war, das er sich vorstellen konnte. Alles ganz easy peasy. Und er ist jetzt auch in der Genforschung. Ich so, oh, Genforschung. Weil Leute, die Hautprobleme haben, auch so Schuppenflechte, Psoriasis, die haben irgendwie so ein Gendefekt, sagt er. Und er forscht da dran, diesen Gendefekt zu beheben. Wo ich dann wieder dachte, so, alter, das ist ja ganz schön heftig, ne? Also in die Genetik eines Menschen einzugreifen, nur damit die Chance besteht, dass eine Krankheit geheilt wird, also nicht mehr ausbricht, ist schon eine gewagte Sache. Weil man muss ja irgendwie dran forschen. Also man muss ja irgendwie, ne? Und dann frage ich mich auch, wie macht man das? Gibt es dann Medikamente, die jetzt sozusagen an die Gene andocken und da irgendwas reparieren oder verändern? Weil ich habe mir das so vorgestellt, gibt es so kleine Instrumente? Ein dämlicher Gedanke eigentlich. Und ich frage mich auch, wo setzt man denn an? Ja, Gene, ja, wo sind die eigentlich nochmal? Ich weiß es gar nicht hundertprozentig. Gene. Wo sind die Gene eigentlich? Gene sind ja immer irgendwo, ne? Im Gehirn? Ne, in der Wirbelsäule hier? Ich weiß es nicht. Und dann dachte ich mir, gibt es so kleine Instrumente und so riesige Mikroskope? Und dann schneidet man so ein Stück Gen raus und dann ist man irgendwie geheilt. So, wie läuft der Hase? Habe ich aber nicht gefragt, weil er mich ja das erste Mal schon so bescheuert angeguckt hat. Aber das fand ich ganz spannend. Also ich würde mich, glaube ich, nicht für so eine Forschung zur Verfügung stellen. Und auch wenn das Verfahren einigermaßen safe wäre, hätte ich, glaube ich, Schiss in meiner Genetik rumfuschen zu lassen. Nachher mutiert man irgendwie oder irgendwas passiert dann. Oder eine Gene halt. Das sind halt Gene. Gene, Leute. Gene. Würde ihr das machen? Also würde mich auch mal interessieren, ob ihr, wenn ihr jetzt wirklich krank wärt, weil Psoriasis, Schuppenflechte ist ja eigentlich nur ein kosmetischer Makel. Ansonsten hat man ja keine Einschränkung, bis, okay, dass es ziemlich auf die Psyche ballert, wenn die Leute dann immer so angucken. Aber trotzdem, es ist ja irgendwas, womit man leben kann. Das ist jetzt ja nichts, wo man jetzt, weiß ich nicht, immer mehr verkümmert und irgendwann im Rollstuhl sitzt. Ein genetischer Defekt. Dafür ist es wahrscheinlich gut, wenn man jetzt irgendwie so verzweifelt ist, dass man sagt, okay, ich lasse mir jetzt meine Gene wegoperieren, beziehungsweise heile machen. Eine ganz spannende Geschichte. Ich muss mich da nochmal irgendwie ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Aber der Gedanke, so kleine Instrumente, fand ich ziemlich lustig. Apropos lustig. Es gibt bald ein neues Album von den Fünfsternen Deluxe. Also Fünfsternen Deluxe, die Superband aus Hamburg, die 1998 oder 1997, 1998 ihr großartiges Album Sillium auf den Markt gebracht haben, ballern jetzt am 6. Oktober ein neues Album raus, das heißt Flash. Und ein neues Video ist auch schon im Umlauf. Wenn ich das finde, ich glaube, auf der Big FM-Seite habe ich das gesehen. Wenn ich das wiederfinde, ist der Link unten mal in der Beschreibung. Könnt ihr mal anhören und sagen, was ihr von Fünfsterne haltet. Ich finde den Beat ziemlich geil. Und der Song ist auch ziemlich geil, weil die haben dieses Boing-Bum-Chack von Kraftwerk in Moin-Bum-Chack umgewandelt und haben da so ein Lied drumherum gemacht. Finde ich ziemlich geil. Okay, die Musik muss man mögen. Das ist kein ernsthafter Hip-Hop aus Deutschland. Und ja, heutzutage, ich weiß nicht, alles ist so Gangster. Damals, als die noch aktuell waren, 1998, gab es kaum Gangster. Und Hip-Hop war eigentlich irgendwie eine gute Launemucke und so weiter. Alles war irgendwie cool, alles war irgendwie safe. Heutzutage, alles ist Gangster. Werden Fünf-Sterne-Deluxe dann auch irgendwie Erfolg haben? Ich glaube, neue Fans werden sie nicht gewinnen. Aber die alten Fans oder die Leute, die damals ihre Musik gerne gehört haben, die werden, glaube ich, angefixt werden. Kann was werden. Ich bin wirklich gespannt und den neuen Song feiere ich. Ich feiere ihn wirklich, weil ich finde, das stimmt einfach alles. Das Tobi-Bo-Fünf-Sterne-Deluxe-Gefühl ist wieder da und es macht mich wirklich glücklich. Danke, Fünf-Sterne-Deluxe, falls ihr zuhört. Ah ja, ich kann ja mal irgendwie gucken. Ich wollte ja sowieso mal Stargäste hier in den Pumps holen. Vielleicht schreibe ich einfach mal einen von denen an. So, Tobi oder Bo. Ja, apropos, habe ich auch gar nicht erzählt. Okay, damals, als Tobi und Bo noch nicht Fünf-Sterne waren, sondern, ah, wie hieß das Album nochmal? Auf einem Auge blöd, war fettes Brot, Männer können seine Gefühle nicht zeigen, war Fischmob. Ah, dieses Album, wo die beiden in diesem riesigen Kortschuh schlafen. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. War aber ein ziemlich geiles Album, also habe ich auch ziemlich gefeiert. Und ich war damals mit Kumpels immer so unterwegs. Mit denen habe ich heute leider nichts mehr zu tun. Okay, vielleicht auch zum Glück. Kann man drüber streiten. Und einer von denen ist mal auf die Idee gekommen, die Adresse, beziehungsweise Telefonnummern von denen rauszubekommen. Hat er auch geschafft und ist dann nach Hamburg gefahren, zu Tobi und Bo. Und ich glaube, Ferris MC war auch dabei. Und hat mal irgendwie so ein paar Stunden mit denen in der Wohnung verbracht. Und ja, ich war nicht dabei, weil ich keine Zeit hatte. Also, was für eine Scheiße. Aber wenn die das damals schon so gemacht haben. Okay, heute sind sie ein bisschen größer. Vielleicht habe ich ja Chancen und kann Tobi oder Bo und, oder Tobi und Bo mal in den Pumps holen. Ich glaube, ich werde mich da mal, ich werde mich da mal reinfuchsen in das ganze Thema. Wie macht man das? Mein Gott, Leute, ich brauche mehr Zuhörer. Holt alle an den Weltempfänger. Alle müssen sich einen YouTube-Kanal machen mit dem beschissenen Design heutzutage. und mir zu dem Fame verhelfen, der mir am Anfang meines Lebens versprochen wurde. Allem gesagt, aus dir wird mal was. Und ich so, okay. Alle gelogen. Jetzt kommt ein großartiges Thema, was ihr vielleicht schon im Thumbnail gesehen habt bei mir. Weil ich habe mich jetzt dazu entschieden, dieses schwarze Thumbnail mit der weißen Schrift und den Mittelfingern nicht mehr als Thumbnail zu machen, sondern einfach nur noch als Bild fürs Video. Das muss eigentlich reichen. Jetzt habe ich immer so ein, ich habe, ich versuche jetzt so ein Thumbnail zu finden, was zu den Storys passt oder ein Thumbnail, einer Story. Und die Story, für die ich mich heute entschieden habe, die jetzt die Story für Thumbnail ist, ich glaube, das hat jeder verstanden, bevor ich mich noch weiter in Ungereimtheiten verstricke, lasse ich es einfach mal, das zu erklären. Es geht nämlich um den Anuskitzler. Habe ich auch gedacht, so Anuskitzler, ist das irgendwie, ja auch eine Gen-Mutation? Wollte da jemand seine Krankheit beheben und hat jetzt einen Anuskitzler? So ein Kitzler am Anus und so? Hm, was soll der ganze Scheiß? Nein, es war ein Mann in Texas, der immer in Häuser von irgendwelchen Leuten eingebrochen ist und schlafende Männer am Po-Loch gekitzelt hat. In Amerika heißt er The Texas Butthole Tickling Bandit. Wirklich? Was? Ich dachte auch so, danke Welt für diese Geschichte, weil das ist so eine typische Geschichte, die auf jeden Fall in den Pumps rein muss. The Texas Butthole Tickling Bandit. T-T-B-T-B ist am Schissel. Wie kommt man auf sowas? Ich meine, warum? Ich meine, echt jetzt? Ich verstehe es nicht. Einbrechen bei irgendjemandem und dann schläft da jemand und man muss sich das mal vorstellen, schlafen die alle nackt? Wenn die angezogen sind mit Schlafanzug und Bettdecke, hat er die Bettdecke weggemacht und die Hose runtergezogen und hat dann am Anus gekitzelt und die Leute sind nicht wach geworden? Davon? Ich glaube, wenn mir nachts jemand am Anus gekitzeln würde, dann würde ich aufwachen. Jetzt mal ganz ehrlich. Allein schon die Szene, wenn die Hose runtergezogen wird. Aber okay, ist Amerika, die Uhren ticken da ja irgendwie anders. Keine Ahnung, ob das, ja, aufgrund von Nacktschlafen so einfach war. Ich weiß es nicht. Und das Witzige ist, die Polizei hat gedacht, der Typ, das ist so ein verrückter Obdachloser, müssen wir mal nach Obdachlosen gucken, stimmt gar nicht. Der Typ hat Klamotten im Wert von 3.900 Euro angehabt und jetzt passt auf. Aus welcher Kollektion? Hm? Genau. Aus der Kollektion Jesus von Kanye West. Und ist Kanye West nicht dafür bekannt, dass er doch eher auf dem braunen Salon steht? Also kann man das nicht so sagen, dass das Kim Kardashian, ja, eher, ans Hintertürchen geklopft bekommt? Ähm, ne? War da nicht mal irgendwas? Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber ich glaube, Kanye West steht auf äh, die hintere Verstöpslung des Ganzen. Und jetzt ist mein Gedanke, äh, wenn der Typ auch Kanye West Fan ist und er vielleicht auch ein bisschen verrückt ist, hat er sich dann von Kanye West anstiften lassen? Also so indirekt? Ähm, äh, ich glaube, ich kitzle jetzt mal, ja, ein paar Männern am Po-Loch. Ja. Ich breche da ein, ziehe die Decke weg, ziehe die Buchs runter und kitzle das Po-Loch. Großartige Idee. Ich weiß gar nicht, wie der Typ sonst heißt, äh, ob das hier mit echtem Namen steht. Ne, es ist nur der Texas Anus Kitzler Bandit. The Texas Butthole Tickling Bandit. Großartige Geschichte. Danke Amerika, danke Kanye West, danke, äh, Texas Butthole Tickling Bandit dafür, dass ihr mich so gut amüsiert habt. Und, ja, großartig. Naja, ähm, apropos großartig, ich hab ja gesagt, dass ich, heute ein bisschen mehr Film, äh, besprechen will. Das stimmt ja auch nur bedingt, weil ich bestelle einen Film mehr vor. Ich kann natürlich auch noch über eine Serie sprechen, ne, über die, über die Saber Rider. Ähm, komme ich erstmal zu den Top-Filmen, schrägstrich der Top-Serie der Woche. Die Top-Serie der Woche, wie ich schon angesprochen hab, ist The Saber Rider, beziehungsweise Saber Rider and the Star Sheriffs, ähm, wo ich mir die Box jetzt gekauft hab, aus dem Blitzangebot, sie war, recht günstig, im Vergleich zu dem Preis, ja, wie toll sie sonst ist. Äh, 44 Euro für alle 52 Folgen, ich glaub, 1200 bis 1300 Minuten Laufzeit. Ich hab mir die erste DVD schon angeguckt und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ähm, es liegt auch so ein kleines Booklet mit bei und in dem Booklet steht auch drin, dass diese Serie damals in Japan produziert wurde unter dem Namen Bismarck. Nicht Saber Rider and the Star Sheriffs, sondern Bismarck. Bismarck war dieser große, äh, Mecha, dieser große Roboter, wo die dann immer drin sitzen, der sich dann immer so aus dem Raumschiff, äh, ja, verwandelt und dann die anderen großen Roboter bekämpft. Der hieß Bismarck und, ähm, eigentlich diese Outsiders oder Outriders, Outriders, Outsiders, zumindest diese Bösen, ähm, im Deutschen werden die ja immer in ihre eigene Dimension wieder zurückgeschossen. Also sie sterben nicht, die sagen immer so, oh, jetzt haben wir euch in eure eigene Dimension wieder zurückgeschossen. Was fürs, ähm, Kinderfernsehen sozusagen entschärft wurde, weil im Original sterben sie einfach. Die sterben und sind tot, kommen auch nicht wieder. Und, ähm, im Original soll auch gar nicht der Saber Rider, also der, ähm, äh, dieser, dieser blonde Große mit seinem Säbel und, äh, mit seinem Roboterpferd, der Chef sein, sondern Colt, also der Cowboy soll eigentlich der Chef sein. Wahnsinnig interessant, ähm, weil in Japan lief das nicht so ganz und, äh, Amerika hat sich gedacht, okay, bei uns laufen gerade diese ganzen Anime-Cowboy-Serien, so wie Brave Star, oder, oder, oder Galaxy Rangers, läuft ziemlich gut, ähm, kaufen wir uns auch mal diese Serie ein und, äh, formen die zu so einer Serie um, äh, ja, die kindertauglich ist und eher so fürs europäische Auge. Ähm, der Titelsong ist neu eingespielt worden, also dieser Saber Rider Song war im Original auch nicht mit dabei, und so weiter und so fort. Und endlich sind die ganzen Folgen mal so chronologisch, äh, zu sehen, ähm, ähm, dass die Storyline auch ein wenig mehr Sinn ergibt, soweit man da von Storyline reden kann, ähm, finde ich gut. Also, Saber Rider and the Starsherriffs, Kindheitserinnerung für mich, habt ihr auch so eine Kindheitserinnerung? Also, bei mir sind es wirklich die Galaxy Rangers, definitiv. Brave Star fand ich, ja, eigentlich ganz interessant, aber auch diese Moral am Ende, ja, war schon was. Also, so ein bisschen He-Man mäßig. Ähm, waren glaube ich auch dieselben Zeichner, die bei He-Man im Gange waren, weil, sieht natürlich schon ziemlich ähnlich, äh, sie aus. Äh, genau, das sind so meine Serien, die ich gerne geguckt habe. Habt ihr auch irgendwie solche Serien, die ihr in der Kindheit gerne geguckt habt? Wenn ja, würde mich mal wirklich interessieren, wer das ist, äh, welche das sind. Und ich merke, mein Mund wird immer trockener. Ich muss erst mal ein Schlückchen nehmen. Ah, so geht's besser. Komme ich mal zum ersten Top-Film der Woche, den ich eigentlich schon letzte Woche vorstellen wollte. Es ist The Greasy Strangler. Ähm, ich glaube, viele können mit dem Film nichts anfangen. Ist auch verständlich, weil der Film ist so skurril. Ähm, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, was da vor sich geht. Der Film ist von Jim Hoskins, äh, Jim Hosking, von dem habe ich auch noch nie wirklich was vorher gehört. Ähm, okay, worum geht's in dem Film? Also, ein Mann, der heißt Big Ronnie, lebt mit seinem Sohn, Big Braden, in einem Haus und macht immer irgendwelche Führungen für irgendwelche Leute ähm, und zeigt ihnen die besten, äh, Disco-Plätze, also, wo die Leute der Disco-Szene damals gewohnt haben. Und da ist immer so eine Handvoll Leute und die beiden, also der Vater und der Sohn, laufen immer mit solchen, äh, äh, pinken Outfits, so mit kurzen Hosen durch die Gegend und stellen die Gegend vor. Irgendwann kommt eine Frau, äh, ins Leben der beiden und der Sohn verliebt sich in die, äh, aber der Vater versucht die ganze Zeit, die Alte auszuspannen. Das ist so die Storyline. Ähm, nebenbei gibt's noch den, äh, Greasy Strangler oder wie er auf Deutsch heißt, der, der Bratenfettkiller oder der Bratfettkiller. Ähm, eine so skurrile Figur. Ein Mann mit, äh, ja, Bratfett am Körper erwürgt Leute. Das ist die Story. Aber es sind ein paar Szenen, also, tut euch den Gefallen, wenn ihr den Film seht, Entschuldigung, guckt euch den definitiv auf, äh, Englisch an, also im Original. Die deutsche Synchro, ich hab da mal einen Trailer jetzt gesehen, grauenvoll, grauenvoll und ich sag mal, so viel, äh, Text gibt's da auch gar nicht, dem man folgen muss. Also das, was die da auf Englisch sprechen, versteht man auch auf jeden Fall. Ähm, eine Szene, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist, wo diese drei Typen, ähm, in diesem Motel, äh, irgendwie feiern und die wollen sich, äh, ein Getränk kaufen in diesem Automaten oder, oder irgendwie was zu knabbern. Die wollten Chips haben und ein Inder war dabei und, äh, äh, der eine fragt dann so, äh, ja, woraus haben sie die Chips gemacht? So, what are these, äh, chips made of? Und der Inder war so, Potato. Also, what? Potato. Und dann wollte er mal Potato sagen und das geht ein paar Minuten und das ist so skurril, sowas von geil. Also, ihr findet das jetzt bestimmt nicht lustig, weil ihr es nicht gesehen habt, aber die Szene ist einfach großartig und, äh, der Film besticht wirklich durch seine, äh, skurrilen Charaktere, ähm, durch, äh, die Optik, ähm, die haben wirklich in so einem Abbrisshaus gedreht, wo, äh, das ganze Team irgendwelche Schutzmasken aufmachen, äh, anhaben musste, weil da irgendwie Schimmelpilze in der Luft waren, so ein richtig vergammeltes Haus und, einfach großartig. Also, gut handgemacht, eine skurrile Story, geht auch nicht so lang. Was ich ein bisschen bemängeln muss, ist das Ende, weil das habe ich nicht verstanden. Also, wenn irgendjemand den Film schon gesehen hat, schreibt mich doch einfach mal an, ähm, ähm, ja, vielleicht auch in den Kommentaren, aber sagt vorher, dass da irgendwelche Spoiler sind, also vorher Spoilerwarnung für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben und eventuell die Kommentare lesen. Das wäre wirklich großartig, weil das Ende habe ich überhaupt nicht kapiert. Es, vielleicht brauchten die einfach nur ein Ende, weil die auch nicht wussten, was die da machen sollten, aber, ähm, ich habe da wirklich keinen großartigen Sinn erkennen können. Keine Ahnung. So, der nächste Film, ähm, der nächste Top-Film, den habe ich jetzt auch am Wochenende gesehen. Ich glaube, am Freitag war es. Und das ist, äh, Arrival von, äh, Denis Villeneuve. Früher habe ich ihn mal Dennis Villeneuve genannt. Äh, Denis Villeneuve, der jetzt auch mit Jake Gyllenhaal, äh, Enemy gedreht hat oder auch Prisoners, wo auch Hugh Jackman mitgemacht hat oder seinen letzten Film, den ich gar nicht mehr so großartig fand, Sicario. Ähm, äh, ich weiß nicht, Sicario hat mich irgendwie nicht abgeholt, weil auch diese ganze Thematik mit, mit, mit irgendwie, ja, diesem Drogen und, ich weiß nicht, Mexiko hat mich irgendwie nicht abgeholt. Ich fand den irgendwie nicht so toll. Aber, Arrival ist jetzt wirklich ein großartiger Science-Fiction-Film von ihm. Äh, da macht auch Amy Adams mit oder, wie heißt er nochmal, Jeremy Renner, ähm, der Typ, der den, äh, Flitzebogen-Piebel da von Avengers spielt. Ich weiß gar nicht, wie heißt er, ja, Flitzebogen-Piebel, nenne ich ihn mal. Forrest Whitaker macht da auch mit und das war es eigentlich auch schon an, ähm, ähm, Hauptdarstellern. Es laufen natürlich noch ein paar Nebensteller, äh, Nebendarsteller rum, aber um die geht's eigentlich. Ähm, die Story, also ich will jetzt nicht spoilern und kann eigentlich wirklich wenig über die Story jetzt sagen. Es geht darum, dass Außerirdische auf der Erde landen, äh, zwölf Raumschiffe sind es insgesamt auf allen Kontinenten der Erde und, ähm, versuchen mit den Menschen zu kommunizieren. Äh, die Menschen sind doch zuerst alle Verbündete, aber dann, ähm, denken die, okay, die Außerirdischen wollen uns irgendwie eine Waffe geben und wir sind die Mächtigsten und da kommt schon wieder dieses, äh, menschliche Problem raus. Jeder will der Mächtigste sein und die kommunizieren nicht mehr miteinander und dann entwickelt sich eine wirklich gute Story und ich will nicht spoilern, aber ich muss einfach sagen, das ist ein intelligenter Science-Fiction-Film, wie ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe. Es ist nicht so Independence Day, da kommen Außerirdische und bam, 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 wir machen sie alle tot. Nein, erst mal primär nicht angreifen, sondern versuchen zu kommunizieren und, ähm, ich hab auch das Making-of gesehen und, äh, ähm, ähm, der, ähm, der, der Schriftsteller, der die, äh, die Kurzgeschichte, ich glaub, Story of Your Life geschrieben hat, äh, Ted Cheng, heißt er, der hat auch gesagt, ähm, er hat die Geschichte, äh, Geschichte so geschrieben, weil er sich immer gefragt hat, bei Science-Fiction, äh, Dingern, Science-Fiction-Filmen, muss der erste Schritt nicht erst mal sein, versuchen, die, die, die Sprache irgendwie zu kapieren, muss man nicht irgendwie erst mal die Außerirdischen verstehen? ähm, wie macht man das? Und das ist eigentlich so der einzige Film, den ich kenne, der wirklich dieses Thema hat und er ist großartig umgesetzt und guckt euch den Film an, er ist geil. Ich kann leider nicht mehr drüber reden, ansonsten würde ich vielleicht noch irgendwas verraten, aber der Film hat mich sofort abgeholt und in seinen Bann gezogen. Ähm, also die ganze Tristesse des Films trägt doch wirklich zum, ähm, zum, zum Erlebnis, äh, zu der ganzen Atmosphäre bei. Die Raumschiffe von den Aliens, sowas hat man auch noch nicht gesehen, hat Denis Villeneuve auch gesagt, er wollte mal was ganz anderes haben und das ist ihm auch wirklich gelungen. Also optisch wirklich ein Hochgenuss und vom Inhalt, wenn ihr auf etwas, äh, ruhigeres, äh, intelligentes Science-Fiction-Kino steht, guckt euch definitiv Arrival an. Kann ich nur empfehlen. Ähm, wirklich. Echt jetzt. Ungelogen. Ich schwör, Alter. Ich schwör, kann ich empfehlen. So, das soll's eigentlich auch schon gewesen sein. Also, äh, ihr habt gemerkt, ähm, es war eine Serie mehr drin und es war ein Film mehr drin. Stopp! Nicht, dass ich schon wieder was vergesse. Stopp! Halt Stopp! Jetzt rede ich. Der Flop-Film der Woche kommt ja noch. Haha! Der Flop-Film der Woche. Plrrrp! Ähm, der Flop-Film der Woche ist für mich eigentlich gar kein Flop-Film. Also, nicht im Sinne, dass der Film scheiße ist, sondern der erste Teil war so großartig und der zweite Teil hat mir deswegen nicht so gut gefallen. Es handelt sich um John Wick 2. John Wick 2 ist an sich ein guter Film. Er hat großartige Action, er hat, äh, gut Tempo, was, äh, am Anfang, also am Anfang macht der Film Tempo, dann lässt er irgendwie nach und dann legt er wieder los. und, äh, die ganzen Shootouts, auch in diesem Tunnel und, äh, das, das, das Ende, war großartig gefilmt, in so einem Spiegelkabinett. Sieht ziemlich geil aus, aber ich musste mir denken, okay, der erste Teil war noch irgendwie emotional, sowas von weird, weil John Wick natürlich, äh, seinen Hund rächen will. Ich mein, das allein schon, hunderte von Leuten umzubringen, weil irgendjemand deinen Hund ermordet hat, ist für mich die beste Storyline in einem Actionfilm seit Kommando. Ist wirklich so. Ähm, der zweite Teil, okay, da, da, da geht's darum, dass John Wick irgendwie so eine, so eine Blutmünze bei irgendjemand noch offen hat. Das heißt, er hat mal irgendwie einen Gefallen eingefordert, hat's mit Blut unterschrieben und der Typ kann jetzt irgendwie sagen, okay, du bist mir einen Gefallen schuldig und du musst jetzt irgendwas machen. John Wick hat zuerst keinen Bock und dann geht's alles wieder los. Ähm, ist nicht so emotional wie der erste Teil. Und ich würde wirklich sagen, der erste Teil ist ein emotionaler Film. Es ist ein emotionales Rache-Drama, was jetzt beim zweiten Teil so ein bisschen untergeht. Da haben sie mehr auf diese Bombast-Action gelegt. Der erste Teil besticht auch noch durch seine triste, ähm, äh, durch seine triste Optik und auch durch das, das eher klaustrophobische. Zuerst, äh, in John Wicks Haus wurde geballert und wo ging's dann weiter? Ich glaube, in irgendwie so einem Club und es war immer irgendwie drin und der zweite Teil, das ist, die Action ist nur draußen. Also kaum in einem Haus, nur draußen. Größtenteils. Und, äh, ich weiß nicht, das hat die Sache für mich nicht besser gemacht, aber ich will nicht meckern, es ist wirklich ein guter Film. Ich sag nur, Flop-Film der Woche, weil, ja, der erste Teil so großartig war. Was haltet ihr davon? Ich meine, was haltet ihr von John Wick 2? Was haltet ihr generell von Fortsetzung? Ähm, irgendwie stinken die zweiten Teile immer ab. Also, weil man's immer mit dem ersten Teil vergleicht. Der Film kann ja so gut sein, wie er will. Äh, wenn der erste Teil ein großartiger Film war, kann der zweite Teil eigentlich nur schlechter werden. Okay, außer vielleicht bei, bei Star Wars. Da ist Episode 4 eigentlich der geilste Teil. Ja, das Imperium schlägt zurück. Aber, das sind auch die Ausnahmen. Äh, bei John Wick 2 weiß ich nicht. Also, ich bin gespannt, wie John Wick 3 wird. Es wird bestimmt einen dritten Teil geben und, äh, da müssen sie mir, finde ich, doch mehr bieten, als sie jetzt im zweiten Teil geboten haben. ich kann nicht sagen, was, aber, es muss irgendwas Besonderes sein und ich hoffe drauf, dass die auch, durch die Kritiken eventuell ein bisschen was dazugelernt haben. Okay, wir müssen das und das jetzt machen und das und das, wollen die Fans und das und das nicht und eventuell klappt's, eventuell klappt's nicht. Ich bin zumindest gespannt und ich bin auch auf eure Kommentare gespannt. Was haltet ihr generell von irgendwelchen Sachen? Würde mich mal interessieren. Ähm, ich glaube, ich mache jetzt Schluss mit dem Pumps, also für diese Woche. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. Macht's gut. Äh, Pumps Ende. Over and Out. Hehe, verarscht. Jetzt ist mal wirklich Schluss. Tschüss. Vielen Dank.